Hallo, da sind wir auch wieder. Wir machen auch gleich weiter und zwar die Schnellreise, volle Feldflasche, volles alles. Die Schnellreise hierher zu unserem Heißluftballon. Und dann schauen wir mal weiter. Später machen wir da noch ein Ründchen vorlauter, habe ich mir überlegt. So ein bisschen für das Commonwealth, ich muss mal schnell hier, so zack, die Maus ein bisschen zur Seite tun. So ein bisschen zumindest noch heute für das Commonwealth, vielleicht noch ein Stündchen oder zwei. Schauen wir mal, wie lange ich dann später noch Lust habe zum Streamen. Ich habe mir vergessen einen Kaffee zu machen, scheiße. Ich wollte mal noch einen Kaffee machen in den Päuschen. Ja, kommen da noch ein paar Pausen. Ja, voll laut für das Commonwealth. Oh, da sind wir aber eigentlich auch schon ziemlich, haben wir uns auch schon ganz schön rangehalten. Und sorry, dass ich am Mittwoch nicht da war. Ja, kein Thema, ist doch in Ordnung. Mittwoch waren an sich recht wenige da. Mal wieder. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, ich habe ja damit gerechnet, wenn ich Mittwoch stream, dass wir, dass ich da weniger Zuschauer habe, weil es unter der Woche ist. Na, hallo? Nein, muss ich echt über die Rampe? Kann ich dich nicht von da unten ziehen? Doch, kann ich. Mit der Rampe, das treffe ich doch nicht. Außer muss ich dann zwei, dreimal rüber. Bedrohung verringert. Zack, wunderbar. Dann hätte ich gern den Sniper hier noch. Als erstes vielleicht. Zack, auf drei. Wir kriegen das Gebiet schon schnell runter eigentlich. Wir müssen mal schauen, ob wir den Sniper irgendwo gleich hier mit... Ja, okay. Den kriegen wir so. Wo schießt du hin? So will Scharfschützen schießen. Zack. Und da oben ist... Da ist noch so eine. Die reißen wir auch gleich ein. Zack. Croxy, gehst du heute zu Fallout zu 81? Seid ihr die Kolonne? Nein. Weiß ich noch gar nicht. Da werden wir sehen. Aber ich glaube, wir könnten schon mal hingehen. Wir könnten da schon mal hinflitzen. Wäre ja eigentlich von unserer aktuellen erkundeten Karte bis jetzt nicht mal so weit weg. Da könnte man schon mal hin. Ähm, passt eigentlich gerade das Sound. Ich habe nicht irgendwie die Befürchtung zur Zeit, dass mich komischerweise Windows meinen... Den Pegel von meinem Mikro ständig umändert. Aber ständig ändert der den um. Ohne dass ich irgendwas einstelle. So. Ähm, und jetzt will ich das Lager machen. Vogelscheichen bringen ja nicht so viel. Ähm, Vault 81 können wir schon mal hingehen diesmal. Aber wie gesagt, looten ohne Ende dann heute. So, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass wir gleich da stehen werden und dann schon die ersten Donnerstecher-Türmchen hier sein werden. Mal ein bisschen vorsichtig rangehen, vielleicht an das Lager. Weil die Lager hier sind oft stark verteidigt. Ich sehe das Lager, aber keine Verteidigung bis jetzt. Ich sehe das Lager, aber keine Verteidigung bis jetzt. Bin ich blöd, das ist ja überhaupt keine Verteidigung. Sehr stark beschützt, naja. Nicht wirklich, Junge. Nicht wirklich. Nicht wirklich, hey. Miedum, dass das Tor aufmachen musst. Wieder schließen. Oh doch, okay. Mit Scharfschützen hier oben, aber die kriegen wir. Zack. Der Scharfschütze ist explodiert. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Ah, hier ist ein Minenfeld. Ich gehe nochmal rein. Jetzt ist nochmal Ruhe hier. Ich komme irgendwie gar nicht zum Angreifen. Zack. Ich habe doch auf Y-Kart gedrückt. Ich wollte mir seine Waffe schnappen, aber dann machen wir es halt so. Zack, ab. So. Ähm. Nice. Geh ja doch schneller, als erwartet. Ähm. Mhm. Uh. Ich habe hier vorhin gleich weggeschossen, obwohl ich dich eigentlich gar nicht erschießen wollte, sondern ich da mal reinhalten wollte. Okay. Was? Roller gefallen. Uuuuh. Der Arme. Ich muss mal warten, bis er hier ein wenig vom Fass weg ist. Den habe ich gerade aufs Fass drauf. Oh. He he. Ich habe dich gesehen. Was denkst denn du? Und. Jetzt machen wir erstmal dich hier weg. Mit dem anderen kann ich umgehen. Schildbrecher. Er hat mich verloren. Zack. Es müsste noch einer rumrennen. Ich bin noch im Wutmodus. Hier rennt keiner mehr rum. Der Wutmodus ist noch voll da. Oh. 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 Ja toll. Du tauchst auf, wenn der Wutmodus weg ist. Was bist denn du für ein Vogel? So. Ähm. Wo waren wir hier? Äh. Zack. Einen Donnerstecher nehmen wir mit. Der ist auch schön effektiv gegen Gegner. Und vor allem gegen Türen, die man sprengen muss. Boom. Alter. Hast du dich in der Erde verbuddelt? Oder wo taucht die auf einmal her? Bei deinen Streams kann man sich, äh, nur wohlfühlen. Ähm. Weiß ich nicht. Ich schau mir selbst selten so zu. Guck mir echt selten zu. Kann ich nicht behaupten. Weiß ich nicht. Ähm. Ja, was seid denn ihr für Ratten? Kann man ja wirklich sagen, ihr seid Ratten. Darf ich jetzt mal meinen Schrott hier sammeln? Danke. So. Wieso habe ich hier eine Bossanzeige? Wieso? Krox in meinem Vault bist du der auch sehr, wie ein Sturm zieht auf. Ja, toll. Ähm. Wieso habe ich hier eine Bossanzeige? Achso. Oh, ging trotzdem auf. Hier ist gar nichts. Hier oben. Danke, Steven, für den Follow. Ähm. Wieso habe ich hier eine Bossanzeige? Das ist doch ein Ölpumpenlager. Da dürft's doch... Hier müsste ich eine Bossanzeige haben, weil da ein Top Dog ist. Ist natürlich scheiße jetzt, wo da ein Sturm aufzieht. Ein Lager machen. Und warum kann man hier eigentlich hochlaufen? Ist doch nichts. Äh. Shit, shit, shit. Mal runter hier. Ich glaube, ich nehme mal eine Waffe mit, wenn hier eine Bossanzeige ist. Falls da wirklich einer da sein sollte. Ähm. Ich verstehe es gerade nicht. Hey, sorry. Äh, äh. Hey, Flamingo. Schön, dass du mal wieder da bist. War schon lange nicht bei deinem Stream. So fünf Monate, glaube ich. Nein. Quatsch. Quatsch. So lange ist es noch nicht. Alter, deswegen, weil da einer ist. Der ist einfach mal so da. Oh, scheiße. Während wir stürmen, ist das schon ein wenig scheiße. Ah, lass mich in Ruhe. Und drauf. 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 Weg, 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 weg. Ähm. Ich kann, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich kann gerade mal nicht auf den Chat achten. So, mal einmal rein. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh, Glück gehabt. Und... Gleich wieder. Hebe auf. Hebe auf. Mach aufheben. Sonst machen wir denen keinen Schaden, merke ich gerade. Komm, wir hauen dich jetzt mal hier in die Flammen rein. Oh, fuck. Und... Zack. Zack. Ah, komm. Stirb doch. Komm, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm. Zack. Und weg, außen. Und... Ja, das war der Boss. Ähm, deine Aufgaben sind es, den Volt zu überwachen, Flucht aus dem Volt mit allen Mitteln zu verhindern, die Voltbewohner mit Essen zu versorgen und allen Mitteln den Volt zu beschützen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also, ich bin ja gleich da raufgeflitzt. Ähm, ähm, Volt, kurz spielst du wieder Fallout 4 oder Shelter. Ähm, später spielen wir dann wieder eine Runde Fallout, ja. Später, also ich wollte jetzt hier nochmal... Was kann ich hiermit abdrehen? Irgendwas Flammentechnisches auf jeden Fall. Ich wollte jetzt erstmal eine Runde Mad Max noch machen und dann so auf... Hätte man gedacht, so, wenn wir hier ein bisschen aufgeräumt haben, später noch ein Ründchen Fallout 4. Und zwar unser Projekt, was wir haben, ist ja ein kleines Großprojekt. All... Wie die rumfliegen! Wie die rumfliegen durch den Sturm. Wie die rumfliegen durch den Sturm. Nahkampfwaffenexekution, okay, hat sie. Wie die rumfliegen durch den Sturm. Ja, unser Projektchen, ähm... Für das Commonwealth. Noch ein bisschen weitermachen dann. Da ist ja noch irgendwas zu tun, ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich immer komisch, wenn ich in einem... In einem anderen Spiel über ein... Als wenn ich in einem Spiel über ein anderes Spiel rede. Weiß nicht, ist irgendwie ein wenig komisch. Außer es ist Minecraft. Das ist ein absolutes Redespiel. Hier wäre die Ölpumpe. Aber ich sehe halt auch gerade vor lauter Sturm kein Kanister oder irgendwas, womit ich die zerstören kann. Okay, hier erstmal. Oh, ich wusste gar nicht, dass du wieder Fallout machst. Echt cool. Fallout hat uns eigentlich nie wirklich verlassen. Wir haben jetzt das Automatbond-Deal. Sie hatten uns ja auch angeschaut. Und sogar, ähm... Hier im Stream mit zusammen durchgespielt. Ich hab's privat zuvor mal gemacht. Hey, Kotverbot. Hey, guck mal. Hier ist Schrott. Hier ist Munition. Ich glaub, hier dürfte nichts mehr sein. Aber hier wär schon mal... Benzin. Der Kanister, damit wir unseren... unserer lieben Ölpumpe einmal Tschüss sagen können. Benötigt Explosion? Ja, das weiß ich doch. Anzünden, hinstellen und weg. Und... Da war's. Da war er weg. Ah, immer wieder anders einsetzen. Als das Loch zerstört. Hey, Kotverbot. Herzlich willkommen. Ähm, zack. Oh, es fehlen noch zwei Insignien und drei Schrott. Die kriegen wir doch auch noch hin, oder? Die kriegen wir doch auch noch hin. Neue Verbesserung in der Werkstatt freigeschalten. Ach so. Erstmal. Ah, die zwei tut so gut. So. Hey, neue Auspuffanlage. Auf jeden Fall. Hohohohoho. Der schaut schon... Schaut schon ein bisschen nach was aus. Ähm, oh. Bestes, ähm, Fahrwerk drin. Wie heißt das? Hammeranhebung. Ähm, in drei Tagen soll ja des Westland-Deals hier raus sein. Ja, da freu ich mich schon drauf. Ähm, äh. Wart mal kurz. Was? Ja, und tschüss. Da hat er recht. Ähm. Warte mal. Ah, da, da war noch eine Leiter. So, ähm. So, ach, da oben wäre sogar noch, auch noch Benzin gewesen. Ja, okay. Aber das ist ja egal. Wir haben jetzt unseren Kanister gefunden. Oh, guck mal. Da können wir auch noch aufmachen. Der Sturm ist ja schon vorbei. Nee, schade. Zack. Ähm. So, ähm. Was machen wir jetzt? Wir hätten hier oben noch ein Transferlager. Wir haben aber, also, was machen wir denn jetzt noch? Machen wir da oben das? Das Top-Dock-Lager? Oder machen wir erst das Transferlager? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erst mal zur Vogelscheuche hier. Dann fahren wir hierher, dann hierher und dann hinten rum mal zum Top-Dock-Lager. Klingt nach einem Plan. Nach einem ziemlich guten. Ähm. Leben ist voll. Ist eigentlich alles schon wieder voll bei uns. Munition voll, Messer voll. Ich weiß nicht, wir gehen nicht mehr. Wir gehen, in so'n Lager rein. Ballern rum. Ballern rum. Wir sind einfach voll mit allem wieder. Immer gleich. Oder war das, wenn wir was freigeschalten haben? Ich glaube nicht. Ich habe vorhin schon mal gesehen, dass wir noch ziemlich voll sind. Oh, da liegt was. Das ist mir egal. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, das können wir auch kaputt machen. No hand, aber du hast doch Hände. Ja, die sind gerade am Controller. Alle bei, hey sogar. So, ähm. So, ähm. Was? Da hat doch gerade einer geschrien. Ach, egal. Der interessiert uns mal recht wenig. Hier rum. Vielleicht machen wir auch gleich das Top-Dock-Lager da oben, wenn wir eh schon direkt daneben sind. Schade, dass ich die Donnerstecher nicht so ein bisschen mitnehmen kann. Die machen echt Spaß. Nämlich, um bei Gegner kaputt zu machen, machen die wirklich Spaß. So, ähm. Da ist die Vogelscheuche. Ähm. Ich möchte mich, wenn es geht, bei der Vogelscheuche hier verstecken. Der sieht uns auf jeden Fall. Der kommt doch eh nicht zu uns hoch. Ich bleibe jetzt einfach doch schön entspannt, mit Schild. Stop. Das macht ja richtig Spaß. Na klar, war klar, dass die vorbeikommen. Aber der interessiert uns nicht, weil der wird eh gleich wieder abhauen. Der wird sich nämlich jetzt eh gleich verpissen. Wir können zwar mal draufschießen, aber es bringt eigentlich recht wenig, weil der fährt jetzt eh weg. Und dann heilt er sich wieder. So, Harpune. Ach stopp, nicht Harpune. Nein, 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 nein. Und zwar erstmal... Dich weg. So, mal fahren wir mal hier rauf. Ach, der, unser buckliger Freund fährt immer so lahm. Er hat uns gesehen. Hey. Der Stachel im Weg. Fahr noch mal ein Stück weiter. Na komm. Na komm. Etzer werden wir doch kriegen. Weg. So, gucken wir mal das restliche Lager noch an. Donnerstachelwerfer. Molotov-Cocktail-Schleuder. Donnerstachelwerfer. Ist schon ein bisschen was los hier. Ist schon ein bisschen was los. Das kann man sagen. Ähm, NSA-Schlägerin verrückt ist wieder da. Ich zocke ein bisschen Minecraft. Hey, Wartze. Schön, dass du mal wieder Minecraft spielst. Das habe ich schon lang nicht mehr von dir gesehen, dass du Minecraft spielst. Meistens heißt ja Fallout 3. Meistens steht da ja Fallout 3. Ähm. Sorry, ich habe wieder viel zu tun. Kann nicht hier sein. Ist ja kein Problem. Die Natascha. Ähm. Du gewaltige dicke Frau. Ja. So, und zwar. Wir haben hier ein paar Sachen, die wir ganz schnell ausschalten müssen. Und zwar. Dich gleich weg. Dich nehme ich gleich an die Angel. Zack. Rum. Jetzt hat... Dich. Dann machen wir nochmal eine Kurve. Und jetzt dich. Der da hinten tut nicht weh. Das ist ja so ein Flammenwerfer-Türmchen. Den haben wir auch gleich weg. Und... Zack. Und komm. Ja, jetzt das machen wir schön entspannt. Der tut natürlich gar nicht weh. Zack. Weg. Äußere Verteidigungslinie ausgeschalten. Nice. Das hat was explodiert. Das hat was explodiert. Tor massiv. Kriegen wir weg. Ei, ei, ei. Weg. Sag ich doch. Kriegen wir weg. So. Du zerstörst wieder Stadteigentum. Oh. Da wäre sogar ein Schrott. Ah gut. Da kommen wir nicht mehr durch. Aber wir können hier noch... Äh. Hä? Ich müsste dich doch da oben weg... Na, äh, abschießen können. Insigne weg. Und hier Schrott, 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 Schrott. Ja, okay. Vielleicht nehmen wir dann das Schrottfahrzeug sogar mit. Aber ja. Wir haben ja mehr als genug Schrott. Und Benzinkarnis, da steht ja auch viel rum. Alter. Die ist ja gleich am Anfang. Äh, Begrüßung. Offen. So. Ähm. Ich habe mir übrigens überlegt... Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ich sollte vielleicht die Munition für den Top-Doc aufheben. Und wenn es geht, vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Messer kämpfen. Wut-Boden-Exekution. Zack. Messerbestrafer. Äh. Oder Wut-Boden. Ähm. Nächsten weg. Und zack, zack. Komm. Du willst doch auch noch sterben hier. Ich habe es doch ganz genau gesehen in deinen Augen. So, da hinten ist... Bist du schon der Top-Doc? Nein, du bist... Ah, du bist ein Donnerstecher-Werfer. Zack. Du warst ein Donnerstecher-Werfer. Ich glaube, das wird ein langer Abend. Hashtag Wein. Warum? Eine doch ein Donnerstecher-Ladung. Wieso Hashtag Wein? Trinkst wohl ein kleines Gläschen Wein, hä? Oder... Das andere weinen. Da hätte es weht wieder so lange, oder... Was könnte es sein? Oder... Hashtag Wein Wein? Ich verstehe es gerade nicht. Frau, erkläre! Du... Was gibt es hier ein bisschen? Darauf sollte man ja eigentlich nicht kommen. Ähm... Gesigne. Naja, komm, die Snack-Mounds hier noch. Ja gut, ich bin eh voll und... Brauche ich gar nicht. Und zack. Oh, Munition. Ja. Gerne gesehen. Ich will gar nicht wissen, was du da unten gerade gemacht hast. Was hast du hier gemacht? Da ist doch nichts. Nichts ist da. Schrot und... Ja, äh. Ähm. Ich muss auf sie schießen. Lad mal nach. Zack. Nochmal mehr Schrott. Ich würde sagen, da geht es dann weiter. Ich habe jetzt irgendwie Mehrkampf erwartet. Da war ja einfach nur einer. Zack. Okay. Mh... 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 Der rennt weg von mir. Gibt's hier drüben was? Ja, Schrott. Ich sehe es schon. Ja. So. Hier noch was drin. Ja, noch mehr Schrott. Also wenn das so weitergeht und wir... Oh, Insigne. Wenn wir gleich so schnell alles finden, dann haben wir es ja gleich. Mir kommt das so vor. Als ob das Lager gar nicht so groß ist. Mh, noch mehr Schrott. Ich weiß nicht, irgendwie hat es erst groß ausgeschaut. Also halt so von den Sachen, die du machen musst. Fünf Insignen, ein Haufen Schrott und alles. Ist hier ein Schrott... Ist ein Bauteil dabei eigentlich hier? Nein, nur Schrott und Insignen. Okay, ist gar nicht so viel. Ähm... Hm. Zack. Gibt's hier noch was? Ah, Schrott. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da sind wir gerade reingekommen. Mh, Munition nehme ich. Gerne gesehen. Ähm... Nicht klettern, nur auftreten. Öi. Ach. Jetzt weiß ich, warum der ab und zu mal ruckelt. Dann schmacht der... ...ne Speicherung. Und renn hier! Aber gleich mal... Und ein War Cryer noch. Gleich mal weg. Mh... Weg! Von mir, du Arsch! Mutmoos, gut! Ah, immer weg! Zack, zack! Jetzt ist der unten. Ach ne, das ist noch der. Und, ähm... Zack, zack, zack! Und jetzt kriegen wir den noch weg. Zack! Wut-Botenexekution. Bats! Jetzt... Da müsste er eigentlich... Ah, da kommt er! Wie schon gedacht, wo ist denn... Ach, da oben wäre er gewesen. Ähm, Waffen gibt es hier gerade keine. So müssen wir den wirklich tot prügeln. Mh-mh. Fast ein bisschen langweilig Vergiss es Messerbestrafer, zack, ein Messer hat er drin Macht eigentlich recht viel Schaden Messerbestrafer, zwei Zack, zwei Messer hat er drin Könnten ja auch noch auf ihn schießen Ähm, ähm, hier Bups Bups Und So, jetzt müssen wir eh erstmal nachladen Aber die paar Schuss will ich mir noch aufheben Komm her, na komm Na komm Messerbestrafer, oh komm, kommen wir nicht mehr Oh, der war getroffen, der war ein Treffer Das war ein Treffer, das war ein Treffer Haha, vergiss es Messerbestrafer, zack, hinterher Und Jetzt haben wir zwar keine Messer mehr, aber das ist nicht so gut wild Na komm Komm her Und zack Und schon vorbei Da lag gerade eine andere Leiche im Weg Der Sturz Aufgelöst Top-Dock töten Lackierung freigeschalten Naja Pink-Eis Bedrohung verringert Alter, das Top-Dock-Lager hat schon ganz schön angezogen Es sind aber noch einige Lager, die wir hier frei Weg mal Wegräumen müssen Oh, da wäre eine Waffe gelegt Die habe ich zu spät gesehen So, das ist jetzt weg Hier lag ja eigentlich nichts mehr an Schrott rum, oder? Hier nichts Müssen wir mal abdrehen hier So Ah, da hinten liegt doch noch was Ich glaube, da möchte ich nur ungern runterfallen Und da ist die letzte Insignia Ich sehe sie sogar schon Da kommen wir natürlich nur wieder mit dem Schuss hin Zack Und wir kriegen nochmal den Screen, oder? Ja 100% Nice Jetzt haben wir das Lager auch schon ausgeschaltet Und das ist als nächstes würde ich mal sagen Der Scharfschütze hier dran Der Scharfschütze Ähm Mache ich die drei hier noch Das Lager heben wir uns dann für die nächste Fürs nächste Mal auch Für die nächste Runde Und dann, ja Das Lager und die Kolonne heben wir uns auch Für die nächste Runde Mad Max dann Würde ich behaupten Ähm Ist das Gebiet Müssen wir noch kompletter kunden Hier wäre aber schon der Ball Heißluftballon Da würde ich fast sagen Wir machen aber Als erstes dann erstmal hier Hier haben wir auch noch einiges Alter Wir kommen echt gut voran Und hier hinter müssen wir auch mal fahren Da waren wir auch noch nie The Dunes In die Dünen Chat, was ist los? Ich höre, ihr seid auf einmal so still geworden Ich weiß nicht warum man sich da fallen lassen kann Rein theoretisch rechnet sich das überhaupt nicht Weil du so schnell da unten bist Ähm Hi Weiß einer wo der Ausgang ist? Ach hier ist der Ausgang Das Schrottauto Ist natürlich Wäre natürlich Schon ne schöne Sache Aber das mache ich wirklich jetzt mal so Jetzt komme ich da gar nicht mehr ran Nein Ein bisschen Schrott einsammeln hier Zack Hier nochmal Kommst du da ran? Nein Naja okay Dann lassen wir halt das eine Schrottteil liegen Aber guck mal hier hinten Das ist auch noch eins Ah nach vorne auch noch 5400 Schrott Das Upgrade was wir da Äh Kauft konnten Die zwei Stück Die hatten wir gar nichts Äh An unserem Schrott Ähm Bewirkt Dass es weniger geworden ist Oder irgendwelche Ach das ist ja Das ist ein Autobahntunnel Das realisier ich jetzt erst Da vorne ist eine Autobahn Deswegen zweispurig Der hat ein Turbo Hört ihr das? Pfeifen Der hat ein Turbo Der hat ein Turbo Ja toll Jetzt ist hier natürlich die Kolonne Ach ne Die fährt eh in die andere Richtung Ja okay Dann ist es nicht so tragisch Die wollte ich jetzt nicht machen Die Kolonne Ich hole mir jetzt den Sniper da oben Und zwar Sniper gegen Sniper Boom So Und dann würde ich sagen Außen nächstes Die Vogelscheuche Und dann noch die zwei Okay Cool Aber woher hat er den Turbo jetzt gekriegt? Ach da vorne Ich sehe es ist sogar die Äh es sind sogar zwei Es ist ein doppelter Turbolader Ein Biturbo Oh 317 Schrott hinzugefügt Nice 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 Aber hatten wir nicht schon mal mehr Schrott? Was gleichzeitig hinzugefügt worden ist? Ich glaube ich muss da doch sogar rumfahren Da komme ich sonst nicht ran Na wenn ich es zuvor noch nie so gehört Den Turbo Den haben wir ja schon lang drauf eigentlich Ich hätte gerne endlich mal ein V8 Das wäre so mein Traum Den V8 in dem Spiel Den hatte ich noch nie bis jetzt Weil ich auch noch nie so wirklich so weit gespielt habe Zack Ich gehe herzlich aber nicht Ähm und wieder zurück Aber wir nehmen die Abkürzung Oh ich liebe Turbo Geräusche Ich liebe Turbo Geräusche Ich liebe sie Stopp Ja der hat uns auf dem Ding Ich hole mir ihn aber zuvor Ich hole ihn mir bevor er schießen kann Äh na komm Weg Sag ich doch Ich hole ihn mir bevor er schießen kann Ja der hat zum letzten Mal geschossen Das ist schon zweieinhalb Zweieinhalb haben wir schon Na dann machen wir hier noch Zack Und Jetzt Miau So und jetzt würde ich mal sagen Fahr mal der Kolonne entgegen Es müsste Ja es ist entgegen Fahr mal der Kolonne entgegen Wir haben noch elf Donnerstecher sogar Wir könnten uns richtig schön aufräumen Und unseren Spaß haben Und unseren Spaß haben Macht ja viel Schaden Was Ich hab sogar die richtige Richtung Ich fahr den hinterher Ach scheiße Ja Würde ich nie vergessen Den 1er erstmal weg Und Dir hinten ran Lad nach Lad nach Dich gleich noch ein bisschen mit erwischen Ich hab auch Schleifer Alter Der macht Schaden Deine Schleifer machen schon Schaden Nicht schlecht Junge Zack Nächster weg Hier ist eine Chance Ah nein 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 Auf das Auto Ah nicht richtig getroffen Hinterher 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 Den können wir wegschleifen Den können wir wegschleifen Es sind halt jetzt wieder 3 neue Autos Und Zack Der ist weg Nein Alter Ich hab mich festgefahren Jetzt erstmal tschüss Hinterher 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 Komm 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 Auf keinen Fall Darf die Sau sich reparieren Den 1er Den könnte man nicht schon Schön mit dem Schleifer machen Ohne dass uns was passiert Dabei Ja ja ich weiß was unsere Booster ist Natürlich hat er sich repariert Aber nicht so schlimm Den kriegen wir jetzt noch weg Sag ich doch Den kriegen wir noch weg Jetzt auch noch dich hier Wow Fuck 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 Da macht halt einfach der Donnerstecher Nicht so viel Schaden Bei dem Dingern Ja es bringt nur nix Ich hab keine Donnerstecherladung mehr Doch ich kann die Reifen abschießen Na bringt nix Sag ich doch Kann die Reifen Sag ich doch Kann den Reifen nicht abschießen bei dem Auch wenn ich ihn eigentlich Als Ziel Als Ziel anvisieren kann Na komm schon Warum geht das nicht Warte mal Was hab ich jetzt abgerissen Ah Vorbei 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 Sind Raketen unendlich Nein du hast nur gewisse Anzahl an Raketen Jetzt hat haben wir ihn Jetzt hat haben wir ihn Jetzt erfährt er wirklich nirgends mehr hin Jetzt noch einmal zurück Weg Weg und weg und weg So Noch die Kühlerfigur mitnehmen Ja okay Möchte ich nicht unbedingt Papa braucht einen neuen Kühlergrill Freigeschalten Errungenschaft Oh Gott Au Keine Zeit für euch Wir geben mal Gas Und schauen Ob wir denen mal wegkommen Gibt's keine Lust auf Auf weiteren Kampf Ähm Raketen sind nicht unendlich Wir haben auch gerade keine mehr Machen wir schöne feine Abkürzungen Hier weg Mh Und dann lassen sie uns schon in Ruhe Weil auf dem direkten Kampf jetzt Wo unsere Karre fast im Arsch ist Ist ein bisschen Nein So Max Ja da haben wir eigentlich Max haben wir alles Hier fehlt noch einiges Angriff Angriffabwehr ist voll Booster ist voll Schleifen ist voll Ernte abgesch Äh Abwehr ist voll Was uns noch fehlt Ist die Reparaturgeschwindigkeit Okay Ähm Dann haben wir hier eigentlich auch Jetzt das schön aufgeräumt Äh Also hier aufgeräumt Da fehlt jetzt nur noch Das eine äh Transfer Tanklager Da würde ich sagen Wir machen mal eine Schnellreise Zu Gutasch Zack Und Ich mach Mal mir dann gleich einen Kaffee Wir machen mal das nächste Päuschen Und dann geht's weiter mit Fallout Ha Was haltet ihr davon Dann geht's weiter mit Fallout Und währenddessen machen wir für YouTube meine Verabdietung Falls es dir gefallen hat was du hier gesehen hast Äh würde ich mich auf eine Bewertung freuen Und auch äh Darüber freuen Wenn ähm Du auf den Abo-Button drückst Falls du das noch nicht getan hast Ähm Wir sehen uns dann ähm In der nächsten Folge Im nächsten Stream Im nächsten Vlog Oder sonst irgendwo Tschüss